Liebe Mitglieder der JNU, verehrte Beschäftigte, verehrte Studierende, ich wende mich heute am Ende der Vorlesungszeit dieses Corona-Semesters 2020 an Sie, um Ihnen im Namen des Präsidiums für Ihr Engagement und Ihre Tatkraft in diesem Ausnahmesemester zu danken. Mein Dank gilt allen an dieser Universität, den Lehrenden, allen Beschäftigten sowie den Studierenden. Insbesondere der Lehr- und Prüfungsbetrieb war in diesem Semester eine Herausforderung und Sie haben gezeigt, wie wir unter widrigen Bedingungen als universitäre Gemeinde auch diese Herausforderungen stemmen. Wir treten nun in die vorlesungsfreie Zeit ein, in der Präsenzformate aus dem Sommersemester noch nachgeholt werden, in der vor allen Dingen aber auch Prüfungen angesetzt werden für die Lehrveranstaltungen aus dem Sommersemester. Für diese Prüfungen wünsche ich Ihnen, den Studierenden, sehr viel Erfolg. Wir bereiten derzeit gemeinsam mit den elf Fachbereichen, den Dekanaten, die Vorlesungszeit des Wintersemesters 2020-21 vor. Auch das Wintersemester, das muss uns allen klar sein, wird ein Ausnahmesemester sein. Es wird auch unter Corona-Pandemiebedingungen ablaufen müssen. Die Vorlesungszeit wird am 2. November 2020 beginnen und es wird auch im Wintersemester notwendig sein, dass wir viele Lehrveranstaltungen in digitalen Formaten durchführen. Denn durch die Abstands- und Hygieneregeln, die weit ins nächste Jahr Bestand haben werden, sind wir gezwungen, die Räume, die uns zur Verfügung stehen, sehr effizient einzusetzen. Sie wissen aus dem Lehrbetrieb hier und da, dass wir aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln unsere Seminarräume, unsere Hörsäle nur mit maximal 15 Prozent der zur Verfügung stehenden Sitzplätze nutzen können. Das schränkt uns natürlich erheblich ein und das gilt auch im Wintersemester. Für das Wintersemester wird weiterhin gelten, dass wir Präsenzformate dort anbieten, wo sie zwingend erforderlich sind. Es werden aber auch Präsenzformate dort möglich sein, wo die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden können. Und wir werden uns insbesondere Gedanken darüber machen, wie wir die Erstsemester, aber auch die Zweitsemester, die im Sommersemester 2020 ihr Studium begonnen haben, wie wir diese Studienanfängerinnen und Anfänger in geeigneter Weise auch in Präsenzformaten hier in Gießen an der JLU begrüßen, wie wir ihnen auch in Präsenzformaten eine Einführung in das Studium anbieten können. Für all dies wird es in jedem Fachbereich eigenständige Konzepte geben. Von diesen Konzepten zu den Studiengängen in den jeweiligen Fachbereichen sollten Sie, liebe Studierende, abhängig machen, wie sehr Sie individuell in Gießen an der JLU präsent sein wollen. Sie, verehrte Beschäftigte, darf ich weiterhin im Namen des gesamten Präsidiums und des gesamten Krisenstabs ermuntern, sich mit Hinweisen zum Lehrbetrieb, zu anderen Aspekten des universitären Gesamtbetriebs, mit Vorschlägen, auch mit Kritik, jederzeit sich an uns zu wenden. Ihre Vorschläge, Ihre Hinweise, Ihre kritischen Anmerkungen sind für uns auch in den vergangenen Wochen und Monaten ausgesprochen wichtig gewesen. Gehen Sie bitte davon aus, dass wir als Universitätsleitung gemeinsam mit den anderen Hochschulen, etwa in der Hochschulrektorenkonferenz und auf anderen Plattformen uns für die Interessen der Beschäftigten einsetzen in diesen schwierigen Corona-Zeiten. Sie alle verfolgen das Corona-Geschehen selbst intensiv mit. Sie alle erkennen, die Corona-Pandemie ist nicht weg. Wir alle sehen tagtäglich in den Nachrichten, dass das Infektionsgeschehen in Deutschland und weltweit hochdynamisch ist. Deswegen müssen wir bei allen Planungsperspektiven, die wir für das Wintersemester uns vornehmen, immer wieder deutlich machen, wir werden auch zukünftig auf Sicht fahren müssen. Wir werden vor allen Dingen unsere Entscheidungen immer wieder davon abhängig machen müssen, wie das Infektionsgeschehen gerade sich darstellt. Deswegen meine herzliche Bitte, bleiben Sie informiert über die jeweils aktuellen Planungen, die wir für die vor uns liegende Zeit haben. Wir werden Sie auch weiterhin aktuell informiert halten über unsere Rundschreiben, über die FAQ-Liste, über die Medien, die Sie kennen. Wir werden weitere schwierige Monate vor uns haben als Gesellschaft insgesamt, aber eben auch an unserer großen Universität. Deswegen meine herzliche Bitte, halten wir auch weiterhin so zusammen wie in den letzten Monaten, halten wir als universitäre Gemeinschaft zusammen, üben wir Rücksicht aufeinander und versuchen wir, so gut es irgendwie geht, durch diese schwierige Zeit hindurch zu kommen. Ganz herzlichen Dank und Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.